Hier sehen wir das Restaurant. Buffet ist jetzt leider schon ein bisschen frühstückt. Hier gibt es bald alles, was von mir ist. Vollkommen. Wein, Bier, Olaf haben wir. Ihr werdet auch. Olaf? Wir sind vor dem Reisebüro. Wir filmen gerade schnell durch. Ja, aber jetzt ist alles sauber. Ja, wir wissen es, aber wir sind jetzt nur da. Wir sind im Nachbarhotel.